Es ist ein echtes... Er ist einfach... Danke, Frau... Bitte, warte! Tja... Das hat uns nicht wirklich viel weiter gebraucht. Aber vielleicht können wir ja eine Leiter aufstellen. Wir sollten wahrscheinlich einen guten Grund haben, für die Sticky-Beaking-Around-Räume mit einer Leiter... Ich kann es nicht von hier aussehen. Aber ich habe keine Grund, zu denken, dass dieser ist... Das ist nicht... Ich habe doch vorhin aus dem Fenster geguckt. Ach, da können wir es aufstellen. Ah, ja! Das sollte den Trick machen. Jetzt... Wenn ich richtig bin... Und das ist das Fenster, das mit dem gebrauchteten Storbring-Around-Rum, dann ist etwas wichtiges... etwas, das Winfriede einmal geblieben hat... Das ist richtig drin. Alles klar. Lass uns einen Blick nehmen. Ja, ja... Das sieht gut aus. Eyes... Hair... Chin... Good, good. Hm... Curse diese wretched guys. At least, es ist nicht lange jetzt. Wenn nur diese verdammte Royale nicht so lange... mit ihren pithyigen Preparations... Ben! Eek! Hm... Was war das? Uh... Ben Eek... Ben Eek... Ben Eek! Das... Das ist mein Name... Kind of... Und... Don't you forget it, Winnie! Yes, right. Correct me if I'm wrong, then. But did I not tell you to speak when and only when you had something to tell me about your mother? Hm? I promise you, I don't remember anything. I don't know anything about her protection spell. I promise. Cross my heart. If... If I could, that is. Aha. Ah... You remember? Long enough in here and you will tell me. Very well. Time for me to... mingle with the rabble. Oh, this is bad. This is very bad. Oh! Anna! Anna, are you there? Of course we are there. Hmm... Ben! I don't believe it. I had no idea where they took you. I was so worried when you were in the dungeon with me. I thought... I thought... Oh, I'm fine. When Frida had me taken straight here from Wunderhorn. Ever since, I've just been, um... Hanging around. But you... You escaped a dungeon? Haha. I sure did. But enough of that. Let me get you out... Um... Yes. Like I was saying. Time to get you out, Ben. Jeez, hush. Settle down, owl. Oh, Anna. When Frida... She can hear the owl. Quick. You have to leave. Hurry. That darn owl. Well, it's really good to see Ben again. I'm so glad he's okay. And what was that about? Ben's mother? Very peculiar. Well, regardless, I have to help him. Which means... I have to do something about that owl. The question is... What can we do so that the owl doesn't scream? In the kitchen? That's the food is, I think, for the Taube. That she takes the right place. Hmm. Now we're going to the house again. But... We can now look at the window. I'm not sure. I'm not sure. Oh, it's not going. Anna! Shhh. Shhh. Then just... Try and keep quiet for now. We don't want the owl calling Winfrida again. I have to find a way to get it out of here before I can get inside. I have to find a way to be. Ah... Hmm... 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 Let me just see if I can reach it without... Nope... No, guess not. Okay, wir müssen die Eule wegkriegen, anders wird es nicht funktionieren. Tja, die können wir noch in den Taubenturm schicken. Aber ich glaube, da hilft es uns auch nicht wirklich weiter. Tja, aber ich glaube, da hilft es uns auch nicht. Da brauchen wir eher das Futter, wo da auf dem Boden steht. Und ob sie ihn wirklich aufmuntert, glaube ich auch nicht. Ah, wir können es ja probieren. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Probieren wir halt mal den Butler. So, dann ist sie wieder unterwegs. Vielleicht können wir sie ja auch draußen... Ach, das war schon... Ich dachte, sie steht jetzt da oben. Vielleicht können wir sie ja auch rausschicken zum Schoanenprinzen. Ja, die muss bestimmt in der Küche bleiben. Die Frage ist bloß, wie reagiert sie auf sie? Hallo, da. Hi. Sorry, Nades. Vermutlich gar nicht. Schoanenprinzen. Ich werde dich nicht mehr gehen lassen. Hm. Oh, der Schoanprinze ist immer nur Schoan. 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 Vielleicht was mit dem Ofen im Keller? Unser Kleid muss noch kürzer werden irgendwie. Die Eule muss noch weg. Es ist natürlich eine große, wertvolle lustige Brücke. Es sind Spaß und so schön und leichter. Der Konto ist ein Koupon für einen komplementarischen Magik-Golb-Thimbel. Um das zu dir so schnell zu Hause. Send this self-addressed envelope along with one gold coin payment to receive your thimble today. On the back it says, same day delivery guaranteed. Applications by Pigeon Post only. There, one gold coin. I hope that will do the trick. Now it's all paid for and ready to be sent. Although, I don't know. I feel like something might still be missing. Ah, yes. This should be gentle enough for Pigeon Post. There, that's better. Now it's definitely ready to be sent. Und für das Futter brauchen wir wahrscheinlich draußen den Schwan. Und er möchte immer noch seine Prinzessin suchen. Hmm. 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 Ich kann ihn nicht erreichen. Nein. Das... Hmm. 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 Also, schauen wir doch einfach mal, ob die irgendwie runterkommt zum Schwanenprinz. Da wir mit ihm ja nicht viel anfangen können. Äh... Entschuldigung? Miss Prinzessin? Hm. Shouldn't you be at the web? Oh. Well, I was just wondering, because... it's not. There's no one else. Why? It's... Oh aah. Uh hey Kyo Kyo! Das hilft uns wohl nicht weiter. Tja. Warte mal. Ich frag vielleicht nochmal. Cindy nach dem Glasschuh. Ähm, nicht überhaupt. Ich habe besser keinen Druck. Was uns auch nicht weiterhilft. Also gut. Dann raus zu dem Typie. Er ist, ähm, äh, Grie. Was war das? Ah, ja. Und in, ich meine, wir hatten eine, oh, nein, nein, erst, dann, ah, äh, ich weiß nicht, es ist nicht, es ist er. Ich weiß nicht, es ist er. Hoppala. Das hat man ja alles. Ich würde, oh, oh, right? That is what I say to you. And then, but you want to, well, then I must, and I hold for applause. One second. Der hat da doch so ein spitzes Schwert. Thanks, Miss. Please, wait. Dann müssen wir doch bestimmt irgendwas mit den Ballons machen können. No, that, maybe the, hmm, hmm, Oh, yeah, Ha, 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 ha. Was könnten wir denn mit dem Frosch da machen? Um, so, hi, do you think I can, hmm, Tja, Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Vielleicht müssen wir in der Küche irgendwie die Ballons runterschweben lassen oder so. Wobei, es wäre eher hier. Naja, wir probieren es mal. Oh, was ein schönes Lippe das ist. Nichts, du bist nicht knallig. Hm. Vielleicht müssen wir in der Küche ja ein paar Ballons. Ich werde dir wissen, woher... Tja, da können wir auch nichts anderes richten, außer sie woanders hinzustellen. Hm. Mal schnell hier rein. Können wir da vielleicht Ballons reinschupfen? Hm. Hm. Ich habe aber nichts, was ich da reinmachen könnte. Ich brauche ein bisschen was von dem Futter, aber woher kriege ich das? Hm. Nicht wirklich nichts. Nicht viel zu tun. Tja. Vielleicht nochmal mit dem Butler reden. Ach, du wieder. Ich hoffe, du hast mir gekommen, dass du jetzt die richtige Attire hast. Was für dieses Flower-Girl-Stoff. Was waren die Dinge, die du erwähnt hast, die ich brauchte? Du brauchst eine Gäste, fit für die König und die König. Und dann... Und warte, wo sind deine Flower? Sie müssen absolut nur die Beste. Äh... Okay. Okay. Hm. Wie kriege ich den komischen Schwanenprinzen zu der Prinzessin? Erstmal da rein. Vielleicht ja. Hm. Das hat nicht viel gebracht. Hey, stay and don't. No. Hey, stay and don't.